Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Lassdorfass mit der unsichtbaren Ellie. Ich hoffe, sie ist wieder sichtbar. Und unser Weg zur Brücke? Wo ist sie überhaupt? Ist sie wieder sichtbar oder unsichtbar? Wo bist denn du? Biddle? Hä? Scheißegal, da liegt Stuff, den krall ich mir erstmal. Stuff. Ein paar Kräuterlis. Warten aus dem letzten Loch. Oh, sie ist immer nur unsichtbar. Die macht mich gerade mit ihrer Unsichtbarkeit wahnsinnig. Ich trau dem Braten hier nicht. Da könnte ich mir doch mal eigentlich noch eine Bombe bauen. Yes. Weil die Fläche hier wiegt viel zu offen. Was war hier los? Waren das Jäger? Und die Glocke im Hintergrund auch. Was war das? Hm? Ich weiß nicht. Ellie, Deckung. Ellie, runter. Springt runter. boardingt runter. Wow. Komm hier rum, komm hier rum, komm hier rum. Ich dachte, ich habe mich alle drei. Oh, Baby. Nein, 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 nein. Verdammt! Noch da vorne. Backstein. Aber schade, ich habe gedacht, ich habe mich alle drei mit der Bombe. Außer Spesen nichts gewesen. Immer wieder hier in Crouch-Mode. Sieht aus wie eine Riesenbarriere. Wow, wie seltsam. Ein Kontrollpunkt ohne Soldaten. So sehen die meisten Zonen aus. Der Ort wurde schon vor langer Zeit verlassen. Gebt uns Lebensmittel. Gib dir immer lieber deine Sichtbarkeit wieder, Mädel. Ist ja schlimm. Du wirst sterben, bevor wir drücken. Ein bisschen eingerostet, aber es geht noch. Ja, ich auch. Sei einfach leise so lange wir noch hier sind. Okay. Oha. Na, jetzt habe ich schon mal eine größere Reichweite. Das gefällt mir besonders sehr gut. Was meint ihr? Wollen wir mal ein kleines Freudenböhrchen machen? Viel Spaß. Oh, scheiße. Alle bis auf einen erwischt. Kacke. Zwei. Zwei. Eine geht da auch. Okay. Wollen willst du? Hm. Okay, da lang. Wir kommen wieder hier rein. Also kommt hier noch einer. Innen war doch noch ein Vogel. Wo ist er denn? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Einen von euch hat schon zerlegt. Möchtest du der Nächste sein? Dann renn doch nicht weg. Wo ist er hin? Hä? Die verarschen mich doch. Oh, verdammt. Danke. Läuft doch. So, dann haben wir jetzt natürlich Pappenheimer da in Haus. Hm. Jetzt nur die Frage, wo sind sie? Da rennt einer. Okay. Den sollten wir ohne Probleme eigentlich kriegen. Größteils seiner Horde haben wir ja schon ausgerortet. Mist. Ah, toll. Komm zurück. Soviel zum Thema Stealth. Wie viele waren das? Ich glaube, grob geschätzt zwei. Soviel zum Thema Stealth. Und dann rennt einer. Oh. Oh. Mist. Sch. den kriegen wir auch noch gleich ein Froschelhals gute Nacht schlaf schön wunderbar ich bin erst froh wenn alle Soldaten hier tot sind dann gucke ich mich auch noch mal genau hier um weil vorher bringt es mir reichlich wenig über mir ich glaube in Stream habe ich mich sogar hier durchgeschossen ich weiß es nicht mehr ja wenn er was kompensieren muss wo kommst du denn her da hilft dir auch dein scheiß Helm nichts mehr was Lässt du mich los du kleine Sau Alter du Sandkastenrocker dir gib ich es auch noch gut nacht zu deinem dritten ich habe auf meine Heilung nicht geachtet scheiße wie viel Leben noch ach gottogüter ähm Wow. Oh, gosh. Ah, sie ist wieder sichtbar. Endlich. Alter, du kleine, dreckige Wanze. Oh, tut mir leid. Ey, ich hab ihm noch genau in den Rücken geschossen. Ich hab's gesehen. Ein Schuss. Kacke, 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 kacke. Danke, Allie. Danke, Allie. Da kommen noch mehr. Ich hab's doch gehört. Da oben. Wieder mal. Ey, die Geberseite. Da war doch irgendwo ein Spind. Wo ist er? Wie lange ich mir mit Pfeil und Bono schaust. Mal gucken, ob ich das noch hinkriege. Das ist das, die Geberseite. H Bank. Na, wo ist er jetzt? Dann komme ich da überhaupt hin. Um... läuft bis jetzt schon mal besser da steht doch noch einer weg 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 nicht noch mal my friend da ist er habe ich ihn erwischt nein die jetzt noch nicht mal weg da komm das war verdammt knapp an den rand des universums und zurück ertragen und überleben wie politisch das sagt er hält nach einer großen schlacht kämpfen und leben okay so kleine du weißt wie es läuft bluten wo ist die lachen liegt blut diesmal kam mir das nicht so viele vor in der unteren itale also hier wo ich auf der anderen treppe gekämpft habe kam mir das noch wesentlich mehr vor aber egal wir haben überlebt jetzt heißt es darum wieder munition zu finden können wo geht es denn hier lang alkohol aber nicht zum trinken okay okay es ist doch verrückt soldaten aufzuhängen wenn leute verzweifelt genug sind sind sie zu fast allem bereit die leute die protestierten sind das die die uns attackieren ich glaube schon pass gut auf wenn du springst ich bin immer ein hippie dass sie happy dass sie wieder sichtbar ist ich wechsle noch mal wieder auf meinen bogen mal wieder ein bisschen munitionssparender gehen verdammt ich hätte nachgucken sollen ob ich den pfeil noch hätte wieder einsammeln können da ist die brücke wir sind jetzt näher dran wie war das sie kann nicht schwimmen wenn du mir rauf hilfst kann ich das pfeil legen warte hier mal sehen wo das hinführt aber da wird doch schon mal die lösung ja ich hab's gesehen bleiben wir stehen bleiben wir stehen und wir sind aufgerauscht nein ich nicht abtauchen ich will da bretten den mann ich kann mir schon vorstellen dass das mit der brücke noch richtig stress geben wird ich weiß jetzt so gesagt echt nicht mehr weil ich weiß auch nicht was jetzt gerade an der brücke passiert ist steig auf wir gehen durchs hotel also da durch wo gerade die ganzen leute durch sind so kannst du hier hoch das brett so hin Aber das sollte ja kein Problem sein. Oha! Mal gucken, vielleicht gibt's hier ja was. Wie das stinkt! Ja, hier gibt's ja sogar was. Nur, nur Kaffee. Ja, klar, nur Kaffee. Ja, Kaffee 24, mein Freund. Glaubst du, die Hunter sind weg? Das werden wir sehen. Abwarten, Tee trinken. Was sagt der Radar? Ah, alles kuschelig geschmeidig. Aber ich mach erstmal hier einen Cut. Hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Einschalten und wie es im Hotel weitergeht. Und ob wir die Weg zur Brücke lebend noch schaffen. Das erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao!